Du weißt, dass es hart ist, kleine Trach, was f*** dir, was geht, was rappt, das, was ich mache, ist Rapshit. Granatisch, auslach ist die Macht, b***h, ich f*** deine Stadt, wenn du meinst, dass sie krass ist. Why is he called a hospital? Ey, wollt ihr mich verarschen? Warum ist der Hund frei? Ja, er war hier einfach. Warum lassen wir jetzt euch fahren? Ich will, lass mich raus, der Selle liegt. Willst du noch Gel oder Wachs? Ja, aber nur ein bisschen, ja? Ja, ja, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ey, fertig, Bruder. Du, das ist grün und fliegt nachts über Polen. Peter Panski, der Hohenzler. Tagebuch ist mega gut geschützt. Es öffnet sich nur durch deine Stimme. Radikale Islamisierung. Und der nächste Trick ist called a hospital plan. Why is he called a hospital plan? Häh? Ja! Oh, my God. Oh, my God. Oh, no, 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 no. Ich bin der Mann! 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 Ey Jungs, ich weiß gar nicht... Ey Jungs, bull bull bull! Buh! Buh! ...draht! Jedes Zimmer besitzt aber sowas und die machen diese Räume auf 10 Grad Ich trinke jetzt mein Wasser und dann esse ich meine Melatonin-Gummis damit ich gleich schlafen kann Was geht ab, Freunde? Der Bilal hat mir angeboten eine Wette zu machen er gibt mir 100 Euro wenn ich es schaffe die Wasserflasche von seinem Kopf zu trinken Schafft er niemals! Niemals! Ich fahne das! Ich fahne das! Was ist das? Ich fahne das ein? Ich fahne das! Es fahne das! Nein, ey, ey, ey. Es kommt da. Ey, Kasi. Ey, go. Ah, ah, no, ah, get back, get back, get back. Mahlzeit, 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 hallo. Hat er gerade Hallo gesehen? Der denkt auch, der wär was besseres. Es heißt Mahlzeit, nicht Hallo. Deswegen wähle ich die AfD. Ist es mir runtergefallen bei dir? Na? Ist es deine oder nicht? Kann ich nehmen? Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Was? Ist es deine? Nein. Hier. Was? Komm. Schnell, 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 schnell. Komm hier. Komm hier. Hey. friends. Servus pictures. Let's take it. Yeah, hey.